Ganz kurzer Nachtrag. Ich wurde gefragt, ob ich abgenommen habe, auch im Laufe dieser Woche. Und ganz offensichtlich ist es so, denn ich habe eine Jeans aus dem Schrank gezaubert, die habe ich das letzte Mal zubekommen, nach einem Marathon. Das geht jetzt gerade hier irgendwie problemlos, die ist so nicht mal eng. Also übermäßig eng. Enger als sie sein sollte. Dit finde ich krass. Das nehme ich doch mal Zuckerbrot und Peitsche. Das war das Zuckerbrot. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm.